So, also, heute bauen wir ein Jet-Triebwerk mit Hilfe von einem Feuerzeug, ein Blatt Papier und einer Schere. Das Blatt Papier brauchen wir erstmal nur ein Quadrat davon, einknicken, gute Kante ziehen, abschneiden. So, und jetzt einfach nochmal, so rumfalten, jetzt hat man hier so ein Falz drin und nochmal anders rumfalten, Kante gut nachziehen, rumdrehen und so nochmal falten So, jetzt hat man sowas, das kann man ganz leicht einfach, wenn man die zwei Seiten hier reindrückt. So, hat man so ein Dreieck. Jetzt nimmt man sich die Enden und klappt sie nach oben, auf allen Seiten, nochmal nachziehen, alles. Und jetzt hat man sowas hier, kann man oben aufklappen, unten nicht. Dann nimmt man sich, nimmt man sich hier die Hälfte, nimmt sich die Spitze und klappt sie so so zur Mitte, wieder gut falten, gleich hier vorne nochmal, zur Mitte, dann sieht es so aus, dann das hier in die Mitte, und das hier in die Mitte, nochmal nachziehen, nochmal nachziehen. Dann hat man so ein Ding, mit oben losen Enden und unten nicht. Jetzt nimmt man sich die losen Enden und klappt sie über die Kante hier drüber, einmal, zweimal, dreimal, viermal, 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 sieht so aus, jetzt wieder zurück falten, von so nach so, einmal, zweimal, dreimal, dreimal, viermal, nachziehen, so, und jetzt hat es hier, wenn man das jetzt so zurückklappt, hat es hier in den Laschen, wenn man das hier aufmacht, so Taschen drin. Jetzt nimmt man sich die gerade gefaltete Lasche, klappt sie in die Tasche rein, so, macht es fest, das ist auch wieder auf allen vier Seiten, Klappe unten drunter auf, Tasche auf, reinfalten, Klappe auf, Tasche auf, reinfalten, Klappe auf, Tasche auf, reinfalten, Klappe auf, so, jetzt sieht es so aus, hier unten ist komplett zu, spitz, hier oben ist so ein bisschen flach und so ein kleines Löchle drin, das muss man jetzt ein bisschen größer machen, nicht arg viel, bloß so ein bisschen, gerade so abschneiden, so, und in das Loch, wenn man das jetzt so ein bisschen aufmacht hier, in das Loch, was entstanden ist, reinblasen, einmal, und, jetzt hat man sowas, fertig, jetzt gehen wir mal nach draußen.